Willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice Ich habe mir was überlegt und zwar, wir haben ja noch den Speer, weil der Typ rennt mir zu viel Vielleicht können wir mit dem Speer ein bisschen was ausrichten Ich vermute mal noch nicht in Phase 1, wenn der Phase 2 hat, aber er hat nur einen Lebensbalken Ah, Alter Jedes Mal, jedes Mal Hallo, wo bin ich her? Und schon wieder Oh Baby Geht gut Geht fricking gut Oh yeah Und vergiftet, jawoll Nein, das wird nichts Das war nicht geplant, aber okay Oh Und verkackt Ich bin zu hektisch, zu hektisch Okay. Oh. Ich würde mal sagen, ich habe ihn gestunnt Und verkackt Okay Ich sehe ihn nicht, das ist ganz schlecht Da ist er Das war zu hektisch Nochmal langsam Bring it on Good one Oh, Spirit Emblems leer? Das ist in meiner Spirit Emblems leer Haben wir gar keine mehr Das wäre mal richtig affig Das ist in meiner Spirit Emblems leer Okay um Das ist in meiner Spirit Emblems leer Das ist in meiner Spirit Emblems der Welt Oh, springen! Oh, cracke! Und springen, Cracker! Haben wir keine Embleme mehr? Oder habe ich die alle so schnell verfeuert? Wir haben keine mehr, das gibt's ja wohl nicht. Wow! Die haben wir echt schnell verprasst. Gucken wir mal, wieviel wir tausend kriegen. 33 ist nicht viel, aber wir hatten doch so ultraviele. Ja. 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 Ja, ich höre. Ja. 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 bin ich. Alter. Der trifft mich jedes Mal mit dem Ding. Und springt verkackt. Und springt! Das war's. Alter, calm down, calm down. There is spam. Okay. Okay. Ooh. Wie? Wow. Okay. Oh. Gut, dass ich der Background bin. Swipe. Ich sehe gerade kein Licht. Jeder Swipe gab, verdammt. Ich versuche mir die Gord jetzt mal aufzuheben, also die letzte Heilung. Okay. Okay. Weg, 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 weg. Terror. Okay. 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 Alter. Uh. Terror. Ja, ne, ist klar. Terror, 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 Terror. Da haben wir doch was. Beruhigungsmittel. Aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust. Ich glaube, wir müssen ein paar Geister-Embleme zusammen sammeln. Geht's da zur Treppe hoch? Ich bin hin und her gerissen, ob ich das Farmen off-cam machen soll, aber ich finde, das gehört genauso dazu, deswegen will ich's drin lassen. So, wir machen die jetzt alle platt und dann hauen wir uns den Ballon rein. Oder muss ich den vorher reinhauen? Hm, sehen wir gleich. So, Geistes ist das. Ja, rein damit. Okay. Kommen hier irgendwo noch Gegner? Ja. Kommt her, kommt her, kommt her. Ja. Ja. Und jetzt. Ja. Ja. Ich bin nicht mehr. Das ist doch Teil der Fall. Aber ich kann nicht mehr, in den Gerichte gutaun summen. Ja. Ja. Das war's für heute. Okay. Wenn ich nur wüsste, wie viele wir kriegen. Aber ich seh schon, das ist glaube ich nicht die beste Option mit den blauen Dudes. Wie viele haben wir jetzt? Fünf. Haha. Fünf im Lager. Ach du Kacke. Ich glaube, hier wäre das nicht schlecht. Für was anderes benutzen wir die ja wohl eh nicht. Kann man auch zwei benutzen? Weil dann, was ist Seele? Auferstehungsmacht. Okay. Und weiter geht's. Halt. Ich weiß nicht, wie lange der hält. Gut. Du stehst da irgendwie. Waren das alle? Im Ernst? Das waren alle? Da drüben waren wir ja. Sieht man das irgendwo? Elf. Oh Gott. Geister-Embleme, das wird ja ultra lange dauern. Was war hier nochmal? Kopflose können nicht enthauptet werden. Kopflose. Ging's hier noch irgendwo weiter? Hier ging's, glaube ich, runter, oder? Ja. Oh nein, das war wieder dieser Schlangenmüll. Oh. Oh. Achso. Äh. Ballon verschwendet. Irgendwas muss es doch geben, was wir machen können. Ich frag mich halt auch, gibt's nur den Affen gerade? Es gibt wohl nur den Affen gerade. Wo ist denn der Wald? Ich hab gerade keine Lust auf den Affen. Ich weiß, hier haben wir noch eine Rechnung offen. Mit diesem einen Dude. Ah, da ist der andere. Hat er jetzt was Neues zu sagen? Okay. Wenn's nur das ist. Von da unten kommt man nicht da hoch, oder? Nee. Uh. Langsam, easy. Der und seine Affenbande. Und das Schirken? Ja. So, bitte verliert das Interesse. Oh. Das ist voll fies. Der sieht einen doch sowieso. Ah, was soll's. Oh. Holy moly. Okay. 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 Jetzt haben wir wieder zwei Perlen und Spirit Emblems haben wir nicht verbraucht. Hä? Haben wir nicht verbraucht? Was ist da oben noch? Ah, okay. Erledigt. Ich würde so gerne einen von den Kopflosen platt machen. Ich glaube, das gucke ich mir jetzt auch mal an. Der muss hier unten sein. Irgendwo. Ob man die auch irgendwie Stealth killen kann? Hier ist nichts mehr, oder? Nee. Da unten müsste der Kopflose stehen. Oder auch nicht. Da kommen wir ursprünglich mal her würde ich sagen. Ah ne, da geht es zum Dorf Mibu. Na, wo ist der Kopflose? Also... Ich würde wenigstens gerne wissen, ob man den besiegen kann. Wenn ja, wie? Wie? Ja. Wie? 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 Wir haben zwar nur zwei Heilungen, aber das ist nicht schlimm. Hoffe ich. Ok, hier unten... Ah! Hallöchen, da unten ist er. Kann man den irgendwie Stealth-killen? Oh, das wird schwer. Okay, der verlangsamt mich. Die Ultra. Traum. Okay. Nehm doch mal beruhigendes Metal. Oh, Gott. Hm. Oh. Okay, die bringen nichts. Bringt auch nichts. Okay. Never mind. Gut. Man muss auch mal ein bisschen experimentieren. Also kopflos sind schon mal eine Nummer zu groß vielleicht. Mir fällt gerade noch was ein, wo wir noch nicht waren. Wassertechnisch. Und zwar... Im Tempel. Der Weg zum versunkenen Tal. Da ist auch Wasser. Ich muss nur kurz gucken. Äh... Da raus müsste das... Ups. Irgendwas Neues? Okay. Wiedersehen. Hier raus müsste das sein. Hier raus müsste das sein. Ja. Wasser. Ganz viel Wasser. Wasser. Ganz viel Wasser. Oh. Weißt du was? Oh. Können wir nicht nehmen im Wasser. Oh. 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 Kaubern. Das war falsch. Oh Gott. Ich griple. Nein. Nein. Falscher Button. Ai. Der hat wohl nur einen Lebenspunkt. Die Frage ist. können wir ihn unter wasser vielleicht irgendwie platt machen tauchen 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 alter okay die funktioniert unter wasser okay weg heilen oh Gott hören diese dinge auf mir zu folgen irgendwann okay fuck der ist machbar im Wasser komischerweise haben wir im Wasser mehr Schaden gemacht als dem anderen im Wald strange aber okay das ist es erstmal für heute und auch für diese Episode und auch für meine Aufnahmesession bis hierhin auf jeden Fall danke fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst mir ein Like da gerne auch ein Abo gerne auch ein Comment mit Tipps ich lese sie auf jeden Fall und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gut ciao